abriegelung ausgeschaltet ich möchte eigentlich jetzt wieder jetzt hätte ich zur not auch wieder sprengpfeile wie der vater sagte mit ohne am besten ich bin froh, dass wir sie gemeinsam teilen dürfen ein weiteres siegel wurde geöffnet, wie es der vater gesagt hat bereit machen, wir müssen ihn aufhalten da ist einer da sehe ich einen oh sogar noch zwei vier stücke fach ich immer die irgendwie ablenken wir werden diese leute retten mit oder ohne zu gut würdig ich könnte einfach einfach in die linke drei gruppe eine bombe einschmeißen wenn wir diesen auf sich verteidigen werden wir nicht übernehmen steinchen, mal gucken was passiert nichts ich glaube die sind eh schon alarmiert sind schon heiß ich habe die ich habe die da war das helmsch Ja! Findet euch! Wenn's n M60 braucht, hier liegt eins Das ist ja was ich hab, hab ich auch M60 Ich bin euer Vater Und ihr seid meine Kinder Und als solcher gewähre ich euch Zuflucht vor dem aufziehenden Sturm Sooo Alle geplündert Welcome Schau, das ist nett von ihnen, oder? Hm, nur holl Loser Bräder hinter uns Umarmt einander als eine Familie Denn gemeinsam Werden wir Hand in Hand durch die Tore nach ihnen scheiden Das ist doch ein Zeichen! Der Kollaps rücken her! Oh nein! Der Kollaps! Turn kommt nicht zurück! Diese Leute sind jetzt unsere Verantwortung! Wir dürfen ihnen nur! So Wirst'n Kopf zu machen, hab ich gesagt! Ne Sekunde später hätte ich ja auch abgeknallt! So wie denn hier! So Was ist es? Ach, Plündin! Ach, hier hinten geht auch ne Tür durch! Ich mein, das für ne Tür Schöne Wir können nur einschweren mit der Liebe des Vaters bequenzen! Süß 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 Outmills Huh! Ich weichte All meine Sünden, ich weichte wenn ihr mich nur hier auslassen Wir müssen den Widerstand bekämpfen bevor uns alle dem Untergang weint! Muni? Die dürfen unseren Bründern und Schüchter zu finden! und ich kann es in den Schösser die wollen die Politiker erst da! Bestätigt! Handelt als Einheit! Wir helfen alle Willen! Wir können uns nicht so einsperren! Wir wollen unsere Brüder und Schwestern befreien! Jemand ist in den Gebäude! So! Oh, Schösser! Den hat's halt auf die Kiste gewürfelt! Puh! Der scheiß EMG-Futzi, der hätte mich jetzt fast gekillt! Ja, krass, ja! Komm hier schon! Ich denke, hier kann man noch mal drüben! Nichts machen! Wann war da grad einer? Hinten musst du ja noch! Ne, das ist so eine Sache! Ach, das ist eine Klappe! Was sind denn die? Das klingt zu nahe! Ach, da hinten sind die! Rechts sind die Geiseln! Wollen die Polizisten rausholen! Ich will hier nicht keulen! Das vieles können! Was, die wollen mich keulen! Segel! Keulen wollen für dich! Oh! Ja! Es wurde mir gekeult! Drei, wo liegen hier? Vier Mann! Die Seeds werden mich für deinen... Die Seeds werden was? Sorry, ich hab... Sieh mal mit dem Satz unterbrechen musst! Ich hab dich unterbrochen, schon sorry! Äh... Liegt da was Schönes? Kaffee gibt's hier! Hier kann ich uns geben! Hier bleib ich! Was ist denn mit den Geiseln? Könnten wir die rausfallen? Äh, ne, da waren zwar Schalter an der Wand, aber die... Ich hab, äh, die müssen erst aktivieren! Oh, okay! Wir müssen erstmal irgendwo... Irgendwo anders erstmal in den Eben umlegen, glaub ich! Bevor es hier weiter geht! Wrath and Mimus! Oh! Blümchen gibt's hier! Ich hab schon jetzt das... Ich will mich da... Nö... Äh... Hier ist schon schön... Gieß ein Tu-Aus! Ausgestattet mit einem Hirschgerei! Na gut. Hier irgendwas rum, ne? Ne... generell. Ich probier nicht... Oh... äh... Achso! Äh... mhm... Ich bin einfach ruhig, Mädels, ich bin ruhig. Autsch! Wir sind's doch. Na, schnackel! Hat aber gedauert. Hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Irgendwas, irgendwas ist hier passiert. All die verfickten, all die verfickten Peggys sind hier rumgerannt. Alle Türen fingen an sich zu schließen. Uns alle einzig gar nicht. Ich dachte, ich würde hier nie wieder rauskommen. Und das alles wegen ihm. Ihm. Dieses verdammte, verfickte Stück Scheiße. Er kam hier runter und dann stand er einfach nur da und sah zu. Wir winselten um Gnade und dieser Ficker guckt nur. Die anderen. Okay. Okay. Da war noch andere mit mir hier. Wir holen sie hier raus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. Das war mein Spruch. Ich mach. Ich mach. So. Ihr rennt so schnell wie wir laufen, also ich weiß nicht. Weeeeeee. Bleib ruhig. Wir holen euch hier raus. Mit dem Joggen üben wir noch. Die Räume sind nach Sektionen sortiert. Verdammt! Man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss Sektion für Sektion machen. Okay. Geh runter und hol die Gefangenen raus. Ich kümmere mich um die Schlösser. Ich funke dich an. Die Notausgänge wurden entregelt. Okay. Attention. Das sind ne neue High Netter. Oh ja. Oh ja. Achtung. Oh fleischer Waffe. Oh Gott. Woll ich den Fall hier nicht nehmen? Harry May war beeindruckt wie du ihn... Was war das? Mir gefällt was ich über dich höre. Grenate runter runter runter. Penn. Was war das? Gm 60. So. So. Na na. Wollt ihr mich verarschen? Scheiße. Eine der Sektionen ist mit einem anderen Kontrollraum verbunden. Ich kann sie von hier aus nicht entriegeln. Ruki, zünde diesen anderen Kontrollraum. Warte, warte. Der Kontrollraum ist verriegelt. Keine Rakete geladen. Startsequenz wird abgebrochen. Ach jetzt hat sie aufgemacht. Okay, halt die Augen offen. Ich hab dir eine Platz von vom Raketen Abschusssilo herabgelassen. Darüber solltest du in den Kontrollraum kommen. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt. Scheiße Peggys. Hochspring wohl jetzt nicht. Holt. Holt. Ähm. Holt. Aua, wer schießt denn hier? Was? Mal in Richtung. Gotti. Da, meine M60 war besser. So. Zerstör die Konsolen. Das ist der einzige Weg, die letzten Gefangenen zu befreien. Warte, dann los. Mal in Richtung. Mal in Richtung. Mal in Richtung. Mal in Richtung. Du leven. Mal in Richtung. speaking reset. Der Arbeits kilos. Das ist die nächste Ausgang. ja und arbeitete ich auch vor die dinger und schon ewig nicht benutzen wenn also was klemmt schiede ich halt auch schon sind jetzt also aber auch wirklich halten geschießen systemfehler wir können ja nicht alle schlösser gleichzeitig öffnen geht's jetzt geht's wahlung weiter hoch oder ja wir sind hoch keine schlechte ideo die kette weiter wenn du fast ganz oben bist kommst du zu einem raum in dem direkt ihre blisse und benzin tanks laden aber bisschen wieder hoch ja los 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 hier so äh bitte gehen sie ruhig und geordnet zum nächsten ausgang na na boah scheiß rum gehuppelt da immer gell das ist so eklav evakuierung nach der zeit noch stehen wir ja nicht unter zeitdruck führen sie bitte eine geordnete evakuierung durch jetzt müsst ihr so einen sprintsprung genau noch auf gott ich bin hier welche tanks in die luft jagen etwas zu lösen evakuierung Was ist das? Was ist das? Gefahr Was ist das? Auf! Luftfilter kompromissiert So, wo gehts weiter? Gehts immer hoch oder was? Nein Drückabfall Hä? Wieder raus? Eigentlich müssen wir weitergehen irgendwie Ach hier, hier ist die Tür Kohlenmonoxid endgült Schlüssel benötigt, haben wir den Schlüssel? Denke nicht Lassst du das nicht knacken? Ne, ich hab noch keinen Ich hab noch keinen Knackdings Die Fähigkeit Schau mal, wir sind vom F11 gekommen Feuer entdeckt Oder müssen wir jetzt wirklich weiter Wie geht denn hier weiter? Wie war denn das? Kohlenmonoxid endgült Hier ist ne Tür, die ist aber zu Rauch entdeckt Rauch entdeckt Muss man vielleicht noch was zerstören? Warte mal Warte mal, ich hab noch eine so'n Ding gesehen Warte mal Beeil dich Ich steh dich draußen Jetzt ist die Tür offen Warnung Wir haben noch keine Zeit Der Widerstand kommt dir helfen Helikopter im Anflug Wir treffen uns oben, Deputy Öffne die Luke Da sollten Schaltkästen sein Überbrücken muss aktiviert werden, um die Hauptlupe zu öffnen Oh, was ist denn los? Jetzt irgendwie hoch Multiple Systemfehler Das sieht mich n' sauernd hier Hier Oh Hä? Wie kommstest du das tun? Spätst du? Notfall 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 Was? Der Helikopter ist direkt über dir Los, Deputy Hark dich an den Ruflein Los, hoch, ja Oh Okay, das geht Wow Das hat keiner überlebt Die Typen haben scheinbar immer Feuerwerk dabei, hä? Na klar, musst du Hast du nie? Für so ne spontane Silvesterfeier Wenn ich dann zur Physio gehe, hab ich auch zwei Raketen einstecken Und dann so Dann mach ich irgendwas falsch Hey Gottverdammt Sowas habe ich hier ja noch nie erlebt Danke Wir haben dich nicht grundlos gerettet Hey Du hast uns was zurückgegeben, dass wir schon verloren glaubten Hoffnung Egal was passiert Wir stehen hinter dir Hey Das war höllisch gute Arbeit, Rookie So wie ich das sehe Hast du jetzt hier das Sagen Und wenn du irgendwas brauchst Sag einfach Bescheid War das schon jemals anders? Das ist